Hallo zusammen, hier eine kleine Zusammenfassung vom Stream des 30.06. von Gameforge über Solo. Da dieses Jahr nicht mehr so lange hin ist, nochmal die Roadmap vorgestellt worden ist, und das möchte ich zusammenfassen, mit zudem gleich am Ende noch ein paar Tipps beim Leveln, das ist ja bald soweit, und wir legen direkt los. Gameforge macht es diesmal wirklich vorbildlich. Viele Informationen sind an uns herangetragen worden, zum Beispiel, dass Gilden und Pets und Häusernamen jetzt Leerzeichen haben, dass man den Beta-Client nutzen kann, also ihr müsst es nicht komplett runterladen, sondern es wird nur noch gepatcht. Die Roadmap wurde vorgestellt für die nächsten Monate, hier im Hintergrund, dass zum Beispiel auch, dass es erstmal nur normale Raids gibt, und erst ab September etwa ungefähr mit Hardcore-Raids zu rechnen ist, dass die neuen Klassen im nächsten Jahr kommen werden, was ich gar nicht schlecht finde, und dass die Gildenkriege, die 100 vs. 100, 200 vs. 200, für Quartal 4 geplant sind etwa. Zwei dunklere Haarfarben kommen im Charaktereditor noch dazu, die Arena-Pvp-Zeiten wurden verlängert, was auch okay ist, und viele sich gewünscht haben. Wartung und Patches werden immer Donnerstag sein, das ist sehr interessant, da wird dann also auch der Weekly Reset sein. Charakter-Profilkarten soll man erstellen können, damit man sich besser repräsentieren kann. Dann wurde nochmal was zum Battle Pass gesagt. Der erste soll vom 22.07. bis zum 1.09. laufen. Man kann bis zu 10 Marken täglich durch PvE, PvP und Social erfahren. Der freie Pass ist bei etwa Belohnungen von 300 Marken. Den freien Pass kriegen wohl alle, also auch das Gear, was da drin ist. Der Paid Pass sind maximale Belohnungen etwa bei 330 Marken, wird um die 10 Euro kosten, also normaler Preis. Dabei soll er verschenkbar sein oder vergiftbar sozusagen. Man kann ihn nachträglich holen, dass die Marken sozusagen auch zählend sind. Und wichtig dabei ist, dass die Cosmetics im Season Pass vorerst exklusiv sein können. Sie überlegen sich aber, dass man die vielleicht später auch noch nachholen kann. Und auch ganz wichtig für die Leute, die am Season Pass drin sind, da sind also keine Skins drin, sondern nur Accessoires, Pads und Loyalty-Münzen. Mit den Loyalty-Münzen kann man aber dann halt wiederum im Markt das kaufen, was man hat. Das hatte ich schon im letzten Video gesagt, dass ich das eigentlich ganz cool finde. Insgesamt auch haben sie angekündigt, dass es keine Cash-Shop-Items geben wird, also keine neuen, sondern alles, was man in der Beta gesehen hat, wird auch drin sein. Es kommt nichts dazu, womit auch klar ist, dass immer noch kein Pay-to-Win eingeführt worden ist, was super ist. Das waren jetzt so die primären Informationen, die aus dem Stream zusammengefasst wurden von mir. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es ruhig gerne in die Comments. Schande über meine Haut, aber ich glaube, das ist alles Wichtige. Und da wir uns ja jetzt auch kurz vor dem Release befinden, möchte ich nochmal auf ein Thema eingehen, das besonders euch beim Leveln helfen könnte. Viele haben es nämlich nicht gewusst. Es gibt eine Art Level-Gear oder Level-Set-Gear, was ihr kaufen könnt. Das blende ich euch hier ein. Das ist immer, wenn ihr sozusagen den Prolog gespielt habt, kommt ihr ja in eure Region. Hier die von dem Reaper. Und in rot markiert seht ihr den School-Set-Merchant. Fengi. Den habt ihr dann jeweils für eure dementsprechende Klasse irgendwo stehen. Da könnt ihr dann euch ein Set zusammenkaufen, eine Waffe und die Items dazu. Als erstes solltet ihr euch die Waffe kaufen. Die gibt den größten Benefit von. Ich blende hier mal die Reaper-Waffe ein, damit ihr die Vergleiche seht, wie viel das auch wirklich ausmacht. Aber auch die Armor, so mit 11 solltet ihr die komplett haben. Habt ihr genug Gold. Habt damit dann auch das komplette Set. Habt einen unglaublichen HP-Boost in den Early-Levels. Also bis 20, 30 ist das mega viel. Und selbst bis zum sozusagen Endgame könnt ihr damit rumlaufen und noch euer Spaß haben. Und es funktioniert. So gesehen, ein Tipp von mir. Vielleicht wusstet ihr das auch schon. Dann seid ihr geblässt. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit Solo, mit dem Release. Denkt dran an das Mentoren- und Schülersystem. Wenn ihr Bock habt, kommt ihr bei mir vorbei im Stream. Mads World auf Twitch. Ich werde es dann wahrscheinlich auch ein bisschen streamen. Und bestimmt auch noch ein paar Schüler suchen, die dann bei mir in die Lehre gehen. Alles klar, das war es von mir. Einen schönen Abend euch noch. Bis zum nächsten Mal. olt吧. Vielen Dank.